Ariane und Ariane hat's in sich. Das Tief lädt momentan bei wolkenverhammenem Himmel einen Großteil seiner Feuchtigkeit als Regen über Oberfranken ab. Auch morgen kommt man vielerorts ohne Schirm nicht trocken nach Hause. Der Wind weht frisch auf den Bergen stürmisch und die Temperaturen steigen zum Teil auf etwa 9 Grad. Zum Ende der Woche ziehen wiederholt Wolken mit Schneeschauern vorüber. Die Temperaturskala bewegt sich dann mehr und mehr wieder Richtung Gefrierpunkt. Die heutigen Wetterbilder entstanden am Untreusee bei Hof. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020